Liebe Twitch-Livestream-Gemeinde, wir kommen zum nächsten Spiel am großen Retro-Achievements-Day. Ich habe was Wunderbares vorbereitet und zwar spielen wir jetzt als nächstes bei den Blitz-Retro-Achievements Windows 98 für das NES. Steil, oder? Was ist einem lieber als Windows 98 für das NES zu spielen? Das ist nicht nur, das ist Retro-Gedanken in vielerlei Hinsicht. Nicht ganz. Ich bin direkt für euch auf dem, für den Effekt, für den Überraschungseffekt hier gestartet. Ich werde, wir müssen beim BIOS starten, Freunde. Für die Retro-Achievements, also passt auf. Und schwupp. Komm ich da hin? Ja. Das ist BIOS. Ja, wenn das nicht Kindheitserinnerung bei euch weckt, dann weiß ich auch nicht. So, wir können sogar noch größer machen. Wunderbar. Ich glaube, noch größer müssen wir nicht. Das Mario 200% lasse ich mal angezeigt. Windows 98 fürs NES. Ja, Sachen gibt es zwar auf, auf, nicht nur Windows 98. Es ist Windows 98 fürs NES. Auf Chinesisch. Ich glaube, das ist nicht Japanisch, ist auf Chinesisch. Ja, und dann legen wir jetzt los, ne? Achievement unlocked. Lock dich ein in deinen Computer. Gucken wir uns hier um, was auf diesem Computer los ist. Arbeitsplatz. Festplatte A. Diskettenlaufwerk. Hier ist ein Bitmap. Das ist ein Bild. Schönes Bild, nicht wahr? Dann gucken wir uns dieses Textdokument an. Und wenn ihr es lesen könnt, dann könnt ihr es lesen. Wenn ich Schüssel habe, für die Retro Achievements nutzt man immer Raleb Retro. Okay, mehr ist auf Festplatte A nicht. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen umständlich machen. Windows 98 hatten zu meiner Zeit viele Schulcomputer. Wir selbst hatten Windows 95. Gucken wir uns alle Bilder an. Kein Problem. Und dann Windows XP. War völlig legit. Gucken wir auf Festplatte. War ich hier schon? Hier war ich, ne? Dokuments, Programmfiles. Photoshop, Leute! Benutze ich heutzutage noch für die Thumbnails. Funktioniert nicht. Word. Funktioniert so auch nicht. Ja gut, das ist Sinn und Installation. Wir müssen ja später auf die Starttaste. Das vermisse ich so ein bisschen. Naja. Die Retro Achievements schaltet man frei, indem man sich alles anguckt. So, hier Windows. Command. Geht nicht. Config geht nicht. Startmenü geht nicht. Okay. Ja, nicht vorhandener Soundtrack. Das tut mir leid, aber das trägt hoffentlich zur Atmosphäre bei. Kommen wir zu Laufwerk D. Ein Bitmap. CNA, CNA, Amigo. War das ein Spiel? Ich sag mal so, man, man, man. Es gibt die wildesten Sachen. Es gibt die wildesten Sachen. Windows für 3DS und so, aber Windows 98 fürs NES. Das ist, äh, was Neues, oder? Worum geht's in dem Game? Das ist einfach Windows 98. Wir gucken uns auf diesem Computer. Nächste Bitmap. Oh, ein Schneemann, wenn das nicht zur Jahreszeit passt. Hat jemand Spaß mit Paint gehabt? Laufwerk E. Da war auch eine Bitmap. Guck mal, kennt ihr den? Immer dieser neumodische Quatsch. Whitey, danke für den Gifts, aber Nick. Nick bleibt ein Pikmin und in der Bombenbande. Picker Klick, Picker Dance. Neumodischer Kram. Wollt ich nix von wissen. 103 plus 5601 ist 5704. Ja, 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 ja. Warte, ich war, äh, Laufwerk E. Jetzt muss ich hier noch rein. Da ist noch ein Bitmap. Achievement unlocked. Schau dir alle Artworks auf dem Computer an. Das ist doch entspannt, oder? So, na du altes Kamel. Gleich geht's zu dem Programm. Bin schon sehr gespannt. Hier erstmal irgendwas einstellen. Oh, Faxen, Leute. Drucker, Faxen, Netzwerkeinstellungen. Vielleicht so ganz Internet gehen. HP Laser. Leider kann man nicht so viel anklicken, wie man vielleicht glaubt. Hier irgendwas? Nee, ne? Also man könnte fast meinen. Das ist ein bisschen beschränkt hier alles. Telefon. Marcel Davis. 1 und 1. Telefon und Internet. Achievement unlocked. Fail to send a voice fax. Okay, ich hab das Achievement, dass ich es leider nicht geschafft habe, ein Voice fax zu senden. Das tut mir leid. So. Äh, Stromeinstellungen geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ja, sind wir schneller durch, ne? Und in die Ecke muss ich noch. Was ist das genau, ne? Das ist einfach, das hieß, glaube ich, mit Internet verbinden. Ja, dann let's go. Das Tor zur Welt. zur Digi-Welt funktioniert nicht. Es tut mir leid. Achievement unlocked. Klick 300 Mal mit der Maus. Vielleicht geht das hier. Microsoft Internet. Nee, geht nicht. Marcel-Dame ist es leider momentan nicht erreichbar. Bedauerlich. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Arbeitsplatz, oder? Gut. Jetzt kommen wir zu den privaten Details. Eigene Detail. Ah, ist nur eine Bitmap. Was? Das ist alles, dann eigene Dateien? Ich habe die privatesten Geheimnisse erwartet. Also, das Detailspiel kenne ich auch nicht. Achievement unlocked. Wundere dich, warum die Dokumente und die Briefordner identisch sind. Schön. Aktualisieren. Wir haben schon fünf Stück. Es waren 300 Klicks. Ich klicke ja die ganze Zeit, um zu sehen, ob das auch funktioniert, was ich alles anklicken kann. Weil ich es ja auch nicht weiß. Hier ist nichts weiter. Okay. Das ist Netzwerk? Wrong? Wrong. Okay. Also, ich weiß nur eins. Das schwerste Achievement hier ist, sich jeden Bildschirm einmal anzugucken, den es gibt. Also quasi jeden Pixel davon gesehen zu haben. Und Rennen war nichts. Ich bin so unaufmerksam. Vielleicht gehe ich doppelt in Sachen rein. Rennen. Thanks. Achievement unlocked. Try and snoop on other people's files on the network. Ja, aber da sind nicht so viel drin hier. Song und Rennen habe ich. Okay. Jong. Ja, und das Schwierigste ist, wenn du am Anfang nicht ins BIOS gehst, dann darfst du es alles nochmal machen. Deswegen war für mich wichtig, direkt ins BIOS zu gehen. Papierkorb. Was haben wir im Papierkorb? Freunde. In Chiefment unlocked. Inspect each of your recycled items without luck. Achso, ich kann sie nicht. I0 Bitmap kann ich nicht wieder öffnen. Ist in Ordnung. Wieder herstellen? Nee. Und Internet Explorer, Freunde. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir dabei. In den großen, weiten Microsoft Windows U. Was? Oder sohu.com. Ja, in China ist ja auch ein bisschen begrenzt oder begrenzt gewesen, das Internet. Nicht wahr? Das ist fast wie Testbild, die Rückkehr. Ja, besser, oder? Zap, 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 zap. Zap, zap. Ja, Internet funktioniert, schätze ich. Ich versuche nochmal hier ein bisschen rum zu... Ja. Okay. Das war der Internet Explorer. Hier unten? Ah, da komme ich auch direkt hin. Gut. Was ist das genau? Achievement unlocked, soft reset. Click the button that refreshes the desktop. Stell dir mal vor. Windows 10 fürs NES. So, englische Sprache? Nee, was ist das? Okay, okay, okay. So, dann das Startmenü. Windows Update. Wir updaten. Internet explored. Visit all zwei Websites on the chinesische Internet. Chinesisch. Spielt überhaupt keine Musik. Ich sag mal so, das ist immer noch Windows. Ja? Normal. Es ist wirklich dieser Hintergrund wie in der Schule auch. Ich habe ja kein Meta-Player an. So. Windows Update. Jetzt das hier. Das hier geht nicht. Das hier. Ich gebe zu. Wer dem chinesischen mächtig ist, der hat mehr Spaß. Aber wir haben Paint. Freunde, wir haben Paint. ein Game of the Year-Kandidat. Definitiv. Ich freue mich, dass ihr das genauso seht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat mit solchen... Mit welchen Windows habt ihr angefangen? Mit gar keinem. Mit welchen Windows habt ihr angefangen? Oh, gab es nicht irgendein Achievement? Da muss ich mal ganz kurz lücken. Sollen wir da irgendwas... Sollen wir da irgendwas eingeben? War das nicht so? Try Tybot 8008. Ich soll 8008 schreiben. 8. 0 0 8. Achievement unlocked. Sehr gut. Ihr habt angefangen mit XP 98, 95, 95, XP 98, 7, 98, 95. Stark. Ich glaube, auch Windows XP Leute werden sich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Gerade mit der Startleiste. Das ist gut. Wie gesagt, bei mir Windows 95, 98 gab es in der Schule. Dann XP lange Zeit gehabt. Vista übersprungen auf Windows 7. Und Windows 8 war so schrecklich. Hatte ich nur auf dem Laptop. Windows XP. Windows Vista. Windows 8 hatte ich nur auf dem Laptop. Bin von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt. Und von mir aus kann Windows 10 bleiben. Ist doch recht stabil, oder? MS-DOS. Jawohl. Hm. So. Da sind wir auch gleich durch damit. Keine Bange. Die nächsten Spiele gehen noch schneller. Mal gucken, ob ich hier irgendwas deichseln kann. Achievement unlocked. Windows 8 Award. Move the cursor on the right of the screen. Hatte. Okay. Wie viele haben wir denn jetzt, Ron? Über die Hälfte. 110 Prozent des Spiels haben wir schon. Weiter geht's. Ähm. Oh Gott, ich hab vergessen. Links. Media. Ah, da sind Videolateien. Findet ihr es nicht spannend, andere Computer zu durchforsten? Nein. Klug, dass wir bald fertig sind. Achievement unlocked. Hopelessly helpless. Try and get some help. But then fail to understand chinesisch. Sehr gut. Sonic Driver benutzt immer noch Windows 7. Wie gesagt, Windows 8 ist, äh, Krütze. Aber Windows 10 geht voll klar. Da würde ich auch zu raten. Aber wie ihr möchtet. Das ist genau die Hälfte. Nicht mehr. 110 Prozent ist die Hälfte von 200. Achievement unlocked. But can it run Doom? Visit MS-DOS prompt through the run. Damals mit Ausführen. Alter. Wir hatten so viele, ähm, CD-Roms. Autobahnraser und sowas. Und haben immer versucht, das, äh, zum Laufen zu kriegen. Oder die alte Sonic-CD. Und das war für uns damals viel zu schwierig. Irgendwie, äh, äh, ausführen, klicken. Und dann, ne, heute startet alles automatisch, wenn du es einlegst. Also das ist auch, wenn es die NES-Version ist. Lol. Eine Reise in frühere Zeiten, nicht wahr? Moment, ich probiere hier noch jeden Knopf aus. Eins, zwei, drei, vier, NWE. Dann können wir uns auch abmelden. Oder? Scheinbar nicht. Log out of the computer. Aber dann loggen wir uns direkt wieder ein, weil wir sind halt lustig drauf. So, und jetzt gucke ich mal, was noch fehlt. Desperate attempt to change the volume. Also man kann die, äh, Lautstärke nicht ändern. Look at the corner of each Office-Application plus Photoshop. Look at the corner? Wo sind die denn alle? Habe ich die über, übersehen? Photoshop hatte ich. Wo sind denn die anderen Programme? Die waren... Sind die nicht... Irgendwas... Ach, hier, die hatte ich noch nicht. Haben wir die Excel-Tabelle? Excel 95-Tabelle. Dann haben wir Photoshop hier. Damit mache ich meine Thumbnails. Mit der NES-Version von Photoshop natürlich. Dann mache ich Word. Schief mit Unlocked. Haben wir uns alle mal angeguckt. Okay. Hat mir der Lautstärke los? Ah, ja. Aber funktioniert nicht. Wie schade. Ist doch, ist doch ein Erlebnis, oder, Leute? Turn off the computer, machen wir zum Schluss. Hold down the mouse without moving it for a bit. Mhm. Ich weiß was. So einfach nur gedrückt halten. Windows 2nd Edition. Visit every screen. Und das sollte mit dem Ausschalten dann funktionieren. Ich muss gucken, was das hier ist genau. Ich kann es nicht lesen. Speedrun the game. Ach, Speedrun! Alter, Leute. Nach den 100% müssen wir auch noch die Speedrun machen. Vom BIOS zum Shutdown, Leute. Oha. Jetzt hauen sie aber auf die Kacke. Erlebnis des Jahres. Schade, dass es gleich schon vorbei ist. Ähm. Die Maus gedrückt halten. Und nichts machen. Das mache ich jetzt hier mit. Was war nochmal die Taste überhaupt? Okay. Ich halte die Maus gedrückt. Ich schlafe ein auf meinem Computer. Ich könnte ja speeden. Kann man noch die Speed-Taste? Achievement unlocked. Schlaf ein auf der Maus. So, und dann fehlt nur noch. Fahre den Computer runter. Damit müssten wir dann jeden Screen gesehen haben. Oh. Das sind ja verschiedene. Wer mit chinesischen Kenntnissen kann mir gerade mal auf die Sprünge helfen. Okay. Das ist abbrechen. Und das hier ist runterfahren. Nein. Oh. Äh. Was? Oder? Ah, ja. Turn off the computer. Achievement unlocked. Schade. Ich habe nicht jeden Screen gesehen. Mach mich nicht schwach. Sie können den Computer jetzt ausschalten. Den Standbildschirm gespeedet. Jetzt habe ich alles gesehen. Nein. Warum habe ich denn nicht jedes Ding gesehen? Xeroth. Ich glaube, dass du nicht auf Laufwerk D überall warst. Oh nein. Ja, aber, aber, aber. Sie können den Computer jetzt ausschalten. Dann gucke ich jetzt auf die Sprache. Oh, hier waren wir nicht. Das ist der, der fehlte. Auf die Sprache. Also ich könnte hier auf Englisch stellen. Wenn es ginge. So, den Ton kann man nicht ändern. Gut. Uhr. Mach den erstmal weg. Die Uhr. Dass die Uhr kein Retro ist. Dass die Uhr kein Achievement ist, wundert mich. Okay, die haben wir auch nicht gehabt. So ein Ärger. Ich kann hier sogar was drücken. Die Uhr werden schon neun Uhr. Also Windows 98 fürs NES erschienen ist. Wie du siehst. Wie du siehst. Das ist absolut legitim. Okay. Danke, Hydropimeister, für dein Follow. Jetzt gehe ich hier unten die Sachen durch. Wollen nicht. Dann fehlt jetzt nur noch die ganze Startleiste. Windows Update. Wagen wir es nochmal. Computer, bitte. Noch nicht runterfahren. Sondern die Ablehneroptionen auch noch abchecken. Und jetzt kommt es. Achievement unlocked. Visit every screen on the computer. Including the hidden BIOS screen. Achievement mastered. Windows 98 fürs NES. Ja. Da muss man auch mal einfach loben. Ich habe Windows durchgespielt. Zu 200%. Stark. Das kommt auch auf YouTube. Ein bisschen geschnitten. Der zweite Durchlauf braucht es nicht. Einfach so für die Quote. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jeden Mittwoch, Freitag, Sonntag live auf Twitch. Außer kommenden Freitag an Weihnachten. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, YouTube.